Ach ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Rush of Blood. Holt euch doch schon mal was zu trinken oder was zu essen, während ich mich hier verkabel und in die virtuelle Welt flüchte. Denn wie immer dauert das ein klein wenig bei mir. Okay, so. Wo sind meine Ohren? Okay, das habe ich noch nicht gut genug eingestellt. Ich muss immer gucken, dass das auch scharf gestellt ist, weil man kann sich das so unglaublich leicht, unscharf und hässlich einstellen über die VR-Brille und das sieht dann immer furchtbar aus. Tut da mir derzeit auch im Kopf weh, weil man die ganze Zeit irgendwie so einen komischen, verschmierten Wischwasch sieht. Okay. Wo sind meine Lippen? Oh Gott, wie halte ich meine Hände? So, okay. Gut. Weiter geht's. Du kannst dich nicht ewig davor verstecken. Hinein ins Herz der Dunkelheit. Ist das alles? Wärst du nicht zu sagen, ins Herz der Dunkelheit? Bin ich doch schon längst. Okay. Meine Arme werden. Ich werde langsam schwer. Ich kriege bald die Bizeps wie der gute alte Arme. Okay. Okay. Los geht's. Oh. Gelder Vogel. Uh. Okay. 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 Und dann stechen die Oh Gott, du bist unfassbar eklig Hau ab, blöder Mistfugel. Okay. Jetzt habe ich die aber hier schon gestoffen. Darf ich die jetzt hier schon haben? Oh, pfui Teufel. Okay. Was? Okay. Ich stelle mich an wie ein Kind. Oh, Gott. Oh. 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 Okay. Das ist so cool. Oh. Oh. Jetzt hängen wir. Oh, hallo. Okay. Haha. Soll ich da drauf schießen? Will ich da lang oder will ich da lang? Ich weiß nicht, wohin ich will. Das ist eine dunkle Hülle, da will ich nicht rein. Oh. 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 Oh, Junge. Ja, kein gelben Schneeöffel. Oh, blödes Miststück, komm her! Ich hab da oben irgendwas gesehen. Ich hab's aber nicht mehr getrunken. Jetzt hab ich's. Okay. Okay. Oh! Jetzt geht das hier schon wieder. Aber ich hab, glaub ich, oh, ich hab nicht mehr so viel Schrot und auch noch ganz wenig von... Was ist das überhaupt? Das ist ein Revolver. Okay. Okay, wieder etwas... Schrot. Ey, du blödes Schweinehälfte, hau ab! Jetzt... Schwein! Oh nein, oh nein! Ah, cool. Dann hab ich nochmal Glück gehabt. Was ist da hinten? Warum kann ich da nicht lang fahren? Okay. Ist ein bisschen ruhig. Ich bin gar nicht gewohnt. Oh, ich hab... Ich war doch jung, dagegen... Wir MOSCH von T6 Oh... Siell denack! Siell denackend! Was in the hell? Okay, Munition sieht noch ganz okay aus. noch mal. noch mal. noch mal. noch mal. Oh, gott noch mal. Oh Gott! Ich hab's noch gewusst. Kleinschweine. Okay. Okay. Ich hab's noch gewusst. mal zwei ok, wenn du das sagst, mal eins ok ok, jetzt habe ich richtig viel Schrotmoni was ist das denn für ein krösel da liegt eine Axt im Bett Oh, das ist... Oh! Oh, das ist... Oof! What the hell are you doing? Was ist hier? Was ist die Haube? Ach, Mami! Das ist die billigste Jumpscare! Okay. Ah! Das sieht so echt aus! Ich kann es immer nur wieder sagen, es sieht so unabhängig echt aus! Das sieht so aus! Das sieht so aus! Das sieht so aus! Das sieht so aus! Wow! Ich brauche erstmal einen Moment! Ich muss mich kurz sammeln! Es ist immer wieder eine Ungewöhnung, wenn man aus der VR-Brille rauskommt! Okay! Das war Level Nummer 3! Nice! Ich habe keine Ahnung wie viele Levels insgesamt sind, aber soweit ich gehört habe, haben die ganzen VR-Spiele nicht so eine wahnsinnig lange Spieldauer. Aber ich bin trotzdem gespannt wie es weitergeht! Ich freue mich! Wow! Hammer! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst! Das wäre sehr zu empfehlen! Kein großes Drum-Rum-Gelaber! Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder! Von mir gibt es einen Daumen für euch nach oben, dass ihr euch das hier antut oder immer noch mit dabei seid! Oder dass ihr mich weiterhin so fleißig unterstützt, in welcher Form auch immer! Und ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und passt auf euch auf! Boobies!